Oh, da klebt was in der Wand. Okay, komm ich da dran? Ja. So, sehr gut. Und wir gehen direkt zurück. Ja, wir waren ja gerade pennen, ne? Ja. So, und ich finde das auch ganz gut, dass das Portal jetzt hier ein Stück weiter weg ist, damit es halt nicht irgendwie von irgendwem angegriffen wird. Diese Geier hier machen mich allerdings ein bisschen unruhig, ehrlich gesagt. Die könnten das nämlich einfach mal angreifen, aber mal gucken. Und ich würde erstens wissen, was das für ein Nest ist und ich würde gerne den mal bekämpfen. Komm, wir probieren es einfach. Und hier ist überall Wasser, das ist richtig dreist. Und was ist das hier? Vulkan-Dingens-Geier-Eier. Ja. Wie viele? Vier Stück. Vulkan-Geier-Nester. So, und du kommst mal her, bitte. Ich will hier mal gucken, wie du so drauf bist. Ja, der hat richtig viel Life. Oha, oha, oha. Und schnell ist er auch noch. Äh, äh, ich geh mal hier auf den Felsen. In der Hoffnung, dass er... Dass wir ihn dann auch smarten können. Energieschild. Außerdem schön Mana regenerieren lassen. Ich könnte mir auch gleich einen Trank ballern. So. Ja, 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 ja. Mach mal da deinen Purzelbaum. Viel Spaß. So. Zack. Und ich ziehe weg hier. Und die letzte Salve sollte ihn killen. Und da bin ich sehr gespannt, was wir von ihm für den Loot kriegen. Halt, wo bist du hin? Nein! Komm zurück! Ich hatte dich doch fast. Ist er jetzt echt abgehauen? Schade. Schade. Hm. Vielleicht kommt er gleich nochmal wieder. Ich glaube aber nicht. Schade. Warum ist er jetzt weggerannt? So. Kristallierter Zucker. Hervorragend. Da ist er doch. Komm mal her, Buddy. Weil du bist gleich down. Hier bin ich. Und er hat mich. So. Oh. Wahrscheinlich Wegsuche, ne? Seine Wegsuche kommt nicht zurecht. Hä? Wo ist er denn? Hallo? Gigi? Buddy? Bro? Keine Ahnung. Mann! Ich will ihn umbringen. Ich will gucken, was er für Loot gibt. Da ist er doch. Hier bin ich. Hier bin ich. Moin! So. Und raus aus dem Wasser. Wir dampfen schon wieder. So. Komm mal her, mein Freund. Und tschüss. So. Was hast du denn da so Feines? Morgenherz. Oh. Interessant. Das wird wahrscheinlich dann so ein... Ist wahrscheinlich gleich zu werten mit so... Diesen... Wie heißen sie denn? Diese... Diese Säcke. Von denen... Gial. Ne? Irgendwie sowas. So ein episches Item. Von einem... Boss-Mob. Also Mini-Boss-Mob. So. Ihr beide sterbt. Oh. Ich sterbe. So gut zu dem Thema. Schieß. Sehr gut. Und du stirbst. Alter, das ist nicht wahr. Schon wieder mein Schild durchbrochen. So. Baller mal. Und schieß nochmal. Und tschüss. Gut. Einmal hat er uns getroffen. Oh. Da kommt noch ein Bogenschütze. Komm an. Ist da ein Spawner oder was? Ne. Ne. Es sind einfach nur wirklich viele. Fernkampf gegen Fernkampf probier ich mal. Wenn meine Feuerbälle überhaupt... Oh. Warum mach ich das nicht die ganze Zeit schon? Ich dachte Feuerbälle wären nutzlos. Das hätte ich die mal die ganze Zeit schon verwendet. Oh. Alter. Das sieht ja geil aus. Mit den Ziegeln auch und so. Oh. Hier haben wir solche Pilze. Here we go. Endlich. Aschen lande. Na. Also. Das ist schwierig. Oh. Was ist das denn? Ach. Das sieht nur aus. Ne. Das kann man looten. Was? Wer schießt denn da? Du. Was war das? Straußen fahren? Sieht ja abgefahren aus. Ah. Das kann man essen. Oh oh. Stern. Vorsichtig. Pew. Und. Pew. Na komm. Da kriegst du halt einen Feuerball ab. Das ist ja voll unnötig. Energieschild. So. Und dann gucken wir mal was es hier sonst noch gibt. Oh. Ist ja voll geil. Hier ist nochmal dieses Zeugs. Straußen fahren. Her damit. Und Rauchwölkchen. Hm. Ah. Hier ist ein Krieger. So. Die sind ja relativ easy. Gott sei Dank. Zumindest wenn sie alleine sind. Irgendwas kriegt hier null Schaden die ganze Zeit. Keine Ahnung warum das so ist. Ich glaube weil es in Flammen steht. Aber ein Stein ist. Und deswegen kriegt er null Damage. Warum es da eine Anzeige frage ich mich. Also sie können auch machen dass man. Dass er wenn. Kein Schaden angerichtet wird. Dann zeigt er einfach nichts an. Und nicht eine Null. Weil das ist sinnvoller. Ein Plan. So. Ich mach mal das Ding weg. Hm. Verzeih. Ich muss hier kurz husten. Soll ich das Portal weiter ran holen? Oder ist das keine gute Idee? Jetzt soll ich ein bisschen weiter rum gucken. Ich glaube ich lasse das Portal da erstmal stehen. Da sind Ranken. Oh bitte gib mir die Ranken. Weintrauben sind das. Hab ich gesehen. Da haben sie es vorgestellt. Und haben dann gesagt. Ja es wird übrigens auch Weintrauben geben. Meinten sie. Das werden die hier wohl sein. Ja. Hä? Oh. Wenn ich da reingehe. Komme ich dann wieder raus. Ich hab die Sorge. Nein. Ja da könnte ich wieder raus. Ich probiere es einfach. Wuuu. Längeres Eiter. Längere Gesundheit. Was? Und Samen. Und Samen. Lasst mich. So. Ja die haben Gott sei Dank nicht so viel live. Aber gekillt haben sie uns eben gerade trotzdem. Oh. So. Du bist tot. Hier ist ein Nest. Mit Aegis. Her damit. Wo sind sie denn? Achso da muss man E drücken. Ja. Dann hab ich bestimmt bei dem anderen Nestbächer übersehen ne. Kein Plan. Schleimblop. Mhm. Wir haben Weintrauben alter. Weinbären Traube. Die saftigen Beeren sind sowohl süß als auch sauer. Und. Aschrebensamen. Sehen aus als könnten sie jeden Moment zu Staub zerfallen. Okay. Mhm. Ja wollen wir mal hier rein. Was ist das eigentlich für ein Holz? Ist das neues Holz? Huch. Achso. Der explodiert so oder so. Ob er sich selbst in die Luft sprengt oder ob ich ihn kille. Er wird sowieso explodieren. Das ist wichtig zu wissen. Weil ich dachte mir gerade. Hä? Ich hab ihn doch getötet. Warum ist er explodiert? Ja. Deshalb. So. Du stirbst. Und du auch. Verbrennst du? Bin ich ein bisschen absurd, dass die verbrennen können. Ehrlich gesagt. Aber ich freu mich natürlich auch drüber. So. Etten wir dat. Da ist noch einer. Dich mach ich so platt. Ich könnte mir neue Nahrung ballern. Mach ich aber noch nicht. Ne, ne. Bleib mal hier. Wo willst du hin? Doch keine Lust mehr zu kämpfen. So. Sehr gut. Und ich würde mal hier das Holz schlagen und gucken was das ist. Oder ist das einfach nur normales Holz? Weil so sieht es nicht aus. Verbrannter Baum. Mal gucken. Was sind denn das für Geräusche? Ach der ist das. Okay. So. Und dann muss ich mich erst mal um die hässlichen kümmern, die hier ankommen. Du stirbst. Und du stirbst. Oh genau. Immer daneben. Ich soll nicht warten bis er gelandet ist. Tschüss. Damit dann Loot. Und hier machen wir jetzt. Fernkampf gegen Fernkampf. Alter, wie viele sind hier denn? Ich werde hier übel beballert. Ich hau mir mal einen Mana-Trank rein, ne. So. Feuerball. So. Und tschüss. Sehr gut. Oh, da sind noch Weintrauben. Direkt beim Wasser. Komm. Her damit. So. Sehr gut. Aschrebensamen. Oh Mann. Da haben wir ja eine ganze Menge neuer Sachen schon. Zum Ausprobieren. Aber ich wollte ja auch außerdem nochmal dieses Holz da hinten holen. Als Quintenbrustkorb. Äh. So viel geiler Loot. Ich will das nicht zurücklassen. Ist das alles so geil? Hm. Obwohl hier. Dann die Knochen brauchen wir nicht. Dann nehme ich lieber den mit. Ja. Dann kann ich mal das Holz gar nicht mehr mitnehmen. Ich muss so oder so zurück, ne. Vulkangeier aufheben? Ach so. Seine Trophäe. Hm. Komm. Ich bringe eben den Stuff zurück. Und dann gehen wir nochmal auf Tour. Würde ich sagen. Gehen dann hierher zurück, wo ich gerade war. Und dann gucken wir mal, was dieses Holz macht. Weil ich habe ja schon so viele Sachen gesammelt. Wo habe ich denn mein Portal hingebaut? Das war hier irgendwo, ne? Ich glaube ja. Und ich glaube außerdem, wir können allmählich wieder pennen gehen. Zumindest scheint es so. Hier ist richtig, ne? Ja. Hier ist richtig. So. Ruf da. Und durch da. So. Hier hoch. Und jump. Ruf da. Rübergerannt. Runtergeworfen. Und weitergemacht. Oder wie spät ist. Ich glaube, wir haben noch Zeit, ne? Ah. Ich glaube, ich hätte diese acht Steine da lassen können. Na egal. Ähm. Ist die Sonne gerade untergegangen? So viel zum Thema. Wir haben noch Zeit. Ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen. Warum ist es denn so laggy? Immer. Jetzt. Jetzt geht's wieder. Das ist immer, wenn wir von den Aschenlande kommen. Ne? Dann ist hier diese Umgebung, Umgebungsdarstellung der Aschenlande, frisst übelst Ressourcen, wenn wir in unserer Base sind. Keine Ahnung. So. Gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen direkt wieder zurück. Ah. So fühle ich mich deutlich sicherer. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir doch jetzt wieder vom Nahkampf weggekommen sind. Und ich mich doch nicht entschieden habe, beim Nahkampf zu bleiben. Weil mit Magie geht es ja doch. Wenn man es mit Verstand macht. Also hindurch. Soll ich das Portal weiter nach vorne nehmen? Ein bisschen, ne? Nicht viel. Auf gar keinen Fall. Hä? Warum ist denn die Balliste ausgewählt? Keine Ahnung. Warum sollte ich denn eine Balliste bauen? Kein Plan. Habe ich noch nie getan in dem Fährt. Doch einmal, glaube ich. Um sie zu zeigen. Und das war's. So, aber ich habe jetzt kein Portal. Ich muss jetzt aufpassen. Da, bei diesem Häuschen. Vielleicht. Ich versuche mal, die Untoten zu outrunnen, um keinen Kampf zu provozieren. Da auf dem Felsen, ne? Den mache ich eben platt. So. Und dann baue ich das Portal mal. Ah. Hier ist Loot, oder? Ja. Ups. Der hat mich gesehen. Äh. Ich baue doch mal oben auf dem Felsen das Portal. Hier oben drauf. Oder ist das keine gute Idee? Doch, ich glaube, das ist eine gute Idee. Na komm. So. Stehen ist. Portal. Und dann irgendwie so gedreht. So. Zack. Und Punkt. Sehr gut. Und den da unten mache ich mal hier mit platt. Nicht einmal getroffen. Willst du mich verarschen? Gut. Mit diesem Feuerregen die ganze Zeit. Übelst dangerous. Chris. So. Dann mit deinem Loot. Halt. Hier ist er doch. Hä? Warum kann ich hier nicht aufsammeln? Liegt vielleicht zu viel. Oh oh. Der will doch mein Portal kaputt machen. So weit kommt. Huch. Oh. Die großen Bäume kann man scheinbar auch fällen. Deswegen bin ich eigentlich noch hergekommen. Um zu gucken, was das für ein Holz gibt. Aber ich muss ja erstmal. Oh oh. Mich verteidigen. Und ich gehe mal hier drauf. So. So. Sehr gut. Stirbt er? Einen noch, ne? Tschüss. So. Den hätten wir schon mal. Dann noch dich. Aua. Er hat mich getroffen. Ah. Die Dinger können kaputt gehen. Wow. Nein. Was geht denn hier ab, Alter? Okay. Warte mal. Okay. Mann, lass mich in Ruhe. So. Das Ding ist explodiert. Du kriegst Feuerball ab. Nimm mal den Loot. Schön aufpassen. Nicht umzingeln lassen. Oh oh. Energie. Energieschild. So. Oh. Nahrung. Und außerdem. Ich fühle mich hier gerade richtig unsicher. Ich. Hau mir mal einen Heiltrank rein. So. Der mit dem Stern muss auf jeden Fall als erstes sterben. Dann du. Machst mir hier viel zu viel Schaden. So. Und dann kann ich mich nämlich ganz in Ruhe um dich kümmern. Oh. Der hat sogar einen Stern. Entsprechend habe ich natürlich gebührenden Respekt. So. Warum brennt denn hier alles? Sag mal. Mein Plan. So. Sechs. Und tschüss. mit deinem Loot. So. Kann ich jetzt bitte endlich Holz abbauen. Das wollte ich hier eigentlich die ganze Zeit nur machen. Und. Oh. Er hier noch. Tschüss. Und das hier kracht ein und bringt diesen Stein. Mhm. So einen hellgrauen Stein. Schick, schick. Solche Verzierungen. Wie heißt dieser Stein nochmal? Oh. Und alles kracht ein. Boah, ist das eine Menge. Sag mal, wie viele Feinde sind hier denn? Ist ja eine never ending story. Wie heißt dieser Stein? Triss. 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 Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln hier mal den Staff ein. Und gleich wieder überladen, ne? Och, dieser Stein wiegt ja auch so viel. Kohle? Droppt das... Kohle? Das macht natürlich Sinn. Das droppt Kohle. Na klar. Ist ja ein verkohlter Baum. Da, Holz und... Ne, doch nicht. Aschenholz. Und was ist das hier? Die Kohle kommt dann irgendwo anders her wahrscheinlich. Reiß von hinten. Oh! Zwei Sterne, zwei Sterne, zwei Sterne. Moin. Ja, moin, ja, moin, ja, moin. Oh, der leuchtet golden. Der werte her, weißt du? So ganz elegant. Oh, oh. Ich dachte, der kommt hier nicht hoch. Kommt hier hoch, ne? Ist nicht blöd. Und er reifft mein Portal an, du Penner. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Bloß keinen Fehler machen. Erste Salve. So. Dem ausweichen. Feuerball. Für ihn. Damit er immer da eine Klappe hält da hinten. So. Den Hammer kann ich gleich wieder einpacken. So. Und. Sechs. So. Und ich glaube, das war's. Noch nicht ganz. Jetzt war's das. Mit einem Loot. Und ich schmeiße hier ein bisschen Stein weg. Weil das ist doch ein bisschen sehr viel. Und vor allem dieses Aschenholz, ne? Aschenholz. Oh, verkulte Bolzen. Starb der Spaltung. Aschenholzbett. Aschenholzwand. Starb der Spaltung. Oh. Okay, okay, okay. Moment, Moment. Ich würde sagen, tatsächlich, nach den heutigen Erlebnissen, nach allem, was so heute so passiert ist, wir nehmen ja jetzt schon drei Stunden 34 auf. Wow. Alter, da kommen immer noch mehr Sachen rein. Würde ich sagen, wir begeben uns jetzt mal zurück. kümmern uns einerseits um unsere Ausbeute und gucken außerdem, vor allem, was ist das für ein Stab? ein neuer Zauberstab. Ein neuer Zauberstab. Das interessiert mich gerade so brennend. Huch. Nein, 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 nein. Bitte nicht sterben. Ich will doch schon gerade zurück. Ich gehe doch schon zurück. Ich gehe ja, ich gehe ja, ich gehe ja. So. So. Und kann ich hier nochmal reparieren? Der hat das bestimmt angegriffen, ne? Jo. Gut. So. Und hindurch. So. Da sind wir endlich. Oh, Gott sei Dank. Hä? Die Eier kleben schon wieder in der Wand? Die habe ich doch eben gerade... Die sind doch nach unten gefallen. Das habt ihr doch auch gesehen. Gut, wie auch immer. Ja, mit den Eggis. So. Und dann nehmen wir mal den ganzen Loot. Und packen den hier unten in die Kiste erstmal rein. Es ist natürlich wieder erstmal am laggen. Oh. Ne, das Holz doch nicht. Es hat hier nichts verloren. Hm. Außerdem hier diesen neuen Stein. Oh Mann. Das müssen wir ja alles noch umsortieren, ne? Weiß ich noch gar nicht genau, wie wir das machen sollen. Wir werden sehen. Erstmal kommt alles hier rein. So. Und so. Und so. Huch. Hm. Aschrebensamen. Das würde ich gleich mal ausprobieren. Die packe ich hier auch erstmal rein. Das Fleisch. Das. 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 Den. Und. Aschenholz. Durch Feuer und Asche gehärtetes Holz. Hä? Holz härtet sich doch nicht durch Feuer. Gut. Und. Die Samen. Ja stimmt. Die Samen packe ich ja auch erstmal hier rein. Und wenn die Kiste voll ist, sogar hier. Ähm. Aber Eidensamen würde ich ganz gerne mal rausnehmen. Um zu gucken, wo man den so anbauen kann. Außerdem haben wir ordentlich Federn gefunden. Holz. Noch ein bisschen. Und Coal. Die schmeiße ich mal hier. Runder. So. Oh. Da war noch ein Dingens. Zack. Und die Kiste ist auch direkt gefüllt. Sehr gut. Und wir können uns hier wieder Omelettos rausnehmen. Außerdem wollte ich mal dringendst gucken. Stimmt. Es sind gerade so viele neue Sachen reingekommen. Oh. Ich guck mal kurz, ob ich jetzt. Ob wir mittlerweile die neue Dingens bauen können. Die neue Erweiterung für. Nee. Nee. Leider noch nicht. Aber wir können auf jeden Fall den neuen Stab bauen. Ich hab keine Ahnung, was der macht. Da. Stab der Spaltung. Ah. Kapuze von Embla. Plus 20. Plus 25. Und mehr Rüstung. Ask, wen haut. Die können wir sogar craften, glaube ich. Aber was macht der denn? Stab der Spaltung. Nur diejenigen mit Geduld und Konzentration können die wahre Macht dieses Stabes nutzen. Haufeuer. Mit Geduld und Konzentration können diese... Wollen wir den mal bauen? 15 verkohlte Aschen und von diesem Pulver 8. Gut. Hier von 8. Warte. Ich nehm mal den ganzen Stack raus, weil... Vielleicht können wir direkt upgraden. Ah ne. Wir haben nicht genug Ascheholz bestimmt. Und die hier, ne? War's das? Ich glaube, ja. Ja. Herstellen. Ah. Stab der Spaltung. Und aufwerten kostet... Ja, wir können ihn einmal aufwerten. Immerhin. Und da bin ich ja sehr gespannt, was der macht. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Aber ich werde den Teufel tun, den hier drin auszuprobieren. Äh. Ach nö. Es regnet. Ah, egal. Komm, wir probieren ihn jetzt im Regen aus. Und zwar hier vorne direkt. Stab der Spaltung. Stab der Spaltung. Stab der Spaltung. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, Wolfis. Habt ihr hier die Fuhlinge umgebracht? Das ist sehr löblich. Ich baller mal dahin. Ah. Macht das Schaden an unseren Viechern? Nein. Macht das Schaden an uns? Nein. Macht das Schaden an Holz? Hm. Moment. Ich guck mal kurz, wie kaputt das Ding ist. Es ist noch high. Ah ne, das Ding da. Hm. Probieren wir das denn mal aus? Scheiße. Hab ich hier irgendwie Holz dabei? Ne, ne? Kann ich hier irgendwas anderes zufällig gerade bauen? Och man. Jetzt hab ich kein Holz mitgenommen. Weil, oh. Weil ich wollte nämlich eigentlich ganz gerne gucken. Ich probier's einfach mal in dem Portal hier. Ja, es macht Schaden. Ja. Sogar gar nicht wenig. Okay. Aber interessant. Und wir haben einen neuen Stab. Ich weiß nur noch nicht genau, wie strong der ist im Vergleich zu anderen. Hauen und Feuer. Aber der Feuerball macht fast 10 mal so viel Schaden, ne? Aber der kostet wahrscheinlich weniger Mana. Wie viel Mana kostet der? Weiterverwenden 35. Weiterverwenden 35. Kostet genau so viel wie ein Feuerball. Ist nur ein Flächenfeuerball sozusagen, oder wie? Wenn ich mal dahin klicke und ich mach mal so. Geht der bis nach da. Und wenn ich das gleiche mit einem Feuerball mache. Geht der viel weiter. Interessant. Interessant. Okay. Ich geh mal zurück. So, da sind wir. Und ich bin auch ganz ehrlich. Das war jetzt so viel neuer Input. Ich bin völlig überladen. Und weiß auch überhaupt gar nicht, wo wir anfangen sollen mit den neuen To-dos. Ach ja, dieses hier kann ich übrigens entfernen. Weil wir müssen drei neue Sachen für die Rüstkammer bauen. Wir müssen hier die Workstations umbauen. Das hier muss noch da unten gebaut werden. Und außerdem gibt es noch die anderen Erweiterungen. Und vor allem gibt es noch eine ganze Menge andere Sachen in den Ashlands. Und zum Beispiel auch hier. Also ich kann es auch kaum erwarten eigentlich das auszuprobieren. Ach, Schrebe. Das meine ich. Das will ich nämlich auch nochmal kurz probieren. Weil können wir die überall? Oh. Uh. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal kurz in die Felderbase, wa? Und wir können es hier auch bauen. Auf Holz kann man es nicht bauen. Aber das wächst ja hoch, ne? Wenn ich zum Beispiel sage, hier ran. Ich mach mal. Zack. Gesund. Aber der braucht immer einen Moment zum Ausrechnen, ne? Scheint aber gut zu sein. Können wir ja mal beobachten. Wir haben jetzt hier eine Aschrebe gebaut. Ich frag mich mal, was passiert mit einer Rebe, die du einfach irgendwo hinbaust. Huch. Hä? Oh. Da habt ihr meine Map kaputt gemacht, wa? Hier ist wohl Chunk wechseln, hm? Kann das sein? Kann das sein? Chunk 1 und Chunk 2 und Chunk 1 und Chunk 2? Ja, ich glaube schon. Naja, gut, okay. Aber da kann ich ja jetzt nichts gegen unternehmen. Ich erinnere mich daran, dass wir das hier hinten hatten. Dass wir da auch schon dieses... Dieses da nicht entfernen konnten. Und jetzt haben wir hier und hier auch nochmal einen Streifen. Na, das ist ja wunderschön. Na gut, was soll's. Sie haben ja empfohlen, man soll eine neue Map starten. Also bin ich selber schuld. So, aber ich würde sagen, das da beobachten wir. Die ist immer noch gesund. Sehr gut. Und dann gehen wir mal zurück. Puh. So, und ich bin ganz ehrlich, das war jetzt so ein großes Abenteuer. Da muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Muss ich jetzt erstmal sacken lassen, so. Und, ähm, wir machen hier später weiter. Es gibt ja mehr als genug zu tun. Der erste Eindruck war ja richtig brutal. Aber, äh, ich glaube, es ist machbar, wenn wir uns so erstmal dran gewöhnt haben, ne? Glaube ich. Und, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und Dabeisein. Und lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und auch gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.